Was muss getan werden? Die Bomben, die ihr platziert habt, sind immer noch sicher. Aber die Uhr tickt. Wir müssen dranbleiben, sonst verlieren wir unseren Vorteil. Die Mission ist noch nicht erledigt. Moin Moin! Moin Moin! Moin Moin! Sie wollten uns provozieren, uns zu einem Fehler verleiten. Diese Genugtuung werden wir ihnen nicht geben. Manchmal frage ich mich, was Derek und Vater denken würden über all das, was Kul-Tiras durchgemacht hat. Was wir als Familie durchgemacht haben. Ich befürchte, Derek wäre von meinem Handeln enttäuscht. Was begehrt ihr von Haus Bracha und von allem dir gegenüber, Jaina? Vater konnte manchmal rau sein. Aber ich glaube, er wäre froh, uns wieder vereint zu sehen. Wir haben alle Fehler gemacht. Aber wir werden noch ganz durchstehen, meine Lieben, zusammen. Wir sind so froh, dass du wieder hier bist, Jaina. Ich glaube, wir... Vorsicht! Lord Admiral, die Horde greift die Angelpunktwerft an! Ich werde tun, was ich kann. Wir alle haben unsere Dämonen. Sie werden lernen, dass niemand Kul-Tiras ungestraft angreift. Mutter, du musst die Infanterie und die Heiler mobilisieren. Ich sorge dafür, dass sie sofort zur Angelpunktwerft aufbrechen. Tandret, nimm unsere besten Schiffe und greif von der Seite an. Ich werde mich der Horde direkt entgegenstellen. Jaina, du solltest nicht allein kämpfen. Nimm wenigstens Talia und den Champion mit. Ein weiser Ratschlag, Mutter. Champion, Talia, folgt mir. Wir überqueren den Tiragardsund. Trefft mich am Kanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ruh! Telia, wie ist die Lage an der Angelpunkt Werft? Glaubt ihr, die Horde will das Meerestor zerstören? Ja, Herr Ruf. Als wir den Azeritsprengstoff gesehen haben, war uns sofort klar, was sie planen. Die Sturmtagler und meine Patrouille haben tapfer gekämpft. Aber sie haben uns überwärtigt. Sturmherz ist unser schnellster Greif. Deswegen wurde ich geschickt. Ich wollte meine Kompanie nicht im Stich lassen. Aber wir mussten euch alarmieren. Ihr habt das Richtige getan, Telia. Manchmal, manchmal kann man nicht alle retten. Wir tun, was wir können und geben nie die Hoffnung auf. Macht euch bereit. Wir sind fast da. Der Weg vor uns wird kein leichter sein. Die Allianz wird bestehen. Die wahre Schlacht liegt vor uns. Ich werde niemals vergessen. Seitdem, bist du nicht so schnellstern. Ich werde mich 피해. Ich werde mich nicht auf dem Weg gehen. Ich werde mich nicht auf dem Weg gehen. Dann mache ich mich nicht. Töger, ist das Nichts. Ich werde mich nicht so schnellstern. Ich werde dich zu verbrechen. Dann mache ich mich nicht auf dem Weg gehen. Glauben Sie, nicht nur damit zu lösen, Er sieht fies aus. Wir kümmern uns um ihn. Arbeitet zusammen. Ihr und der Champion schafft das, Talia. Die Zeit für Träume ist vorbei. Kontrolliert eure Macht. Grüße. Oder sie kontrolliert euch. Für Kulti-Rassen. Bei Hagen-Schnabels-Feder habt ihr mich erschreckt. Für Kulti-Rassen-Feder habt ihr mich erschreckt. Für Kulti-Rassen-Feder habt ihr mich erschreckt. Benötigt ihr ein bestimmtes Dingsbums? Ein Gerät? Ein Kinkerlitzchen? Kulti-Rassen-Feder hat mich erschreckt. Ich werde mich anschauen. Entschuldigung. Fähig. Echt? Er ist ein Kurs. Er ist ein Kurs. Kulti-Rassen-Feder hat mich erschreckt. Ihr könnt ihr euch schreit. Ich habe noch kein Monster überlebt. Denk dir, ich könnte mich heilen. Ich habe ein Monster zu tun. Der ist und es kann mich nicht mehr so machen. Pass jetzt. Komm wieder, wenn ich bereit bin, die Strohung. Ich bin noch nicht mehr so auf dem anderen Weg. Das ist der Ort, Boy. Das war's. Oh Oh Ich muss zuerst etwas anwesieren Ich muss jetzt Gansi! Meilkab noch kein Monster überlebt. Gansi! 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 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was jetzt? Zeig mir eine Bestie. Meine Sturmtaten erleben das. Ein Gerät? Ein Kickerlinzchen? Mich hat noch kein Monster überlebt. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid, mit den Großen zu spielen. Auf geht's! Das war's. Das war's. Das war's. Vor uns liegt ein langer Weg. Ich weiß, was getan werden muss. Das war's. 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 Das war's.